Mir geht's gut. Mir geht's so gut. Ja, glaub mir, Helen, ein Enkelkind ist eine Offenbarung. Ja, es offenbart das Alter. Helen, bedenke doch, wir sind jetzt die Spitze der Generationen. Wir sind die Ahnen. Ahnen? Ich ahne vorzeitigen Verfall. Kommt mir nicht ins Haus. Schnullerzeit, nein, danke. Ach ja. Glücklicherweise denkt meine Tochter da genauso. Ein Ultraschallbild? Grauer Nebel mit schwarzem Gewappel? Herzlichen Glückwunsch. Das ist dein Enkelkind, Omi. Was soll das? Bist du verrückt? Ein Kind? Du mir jetzt? Dann schnapp! Womit ich nicht gerechnet hatte, waren die Gene, die DNA, die Natur. Es ist schrecklich. Du wirst die Mutter in dir nicht los. Schauer der Erkenntnis, Bio-Bindung. Schauer der Erkenntnis, Bio-Bindung. Ich hasse Schoko-Dinkel-Keks, aber es tat gut. Ich wurde mir zutiefst bewusst, ich bekomme ein Kind. Herr Blödsinn, mein Kind bekommt ein Kind. Ich bekomme ein... Sie wissen schon, ich spreche das Wort nicht aus. Am nächsten Morgen habe ich alle Schoko-Dinkel-Keks-Vorräte verschickt. Dann einige Telefonate, so drei, vier Stunden. Naja, Geburtsvorbereitung professionell.